So, da bin ich wieder bei Let's Play Zelda Master Quest. Ich bin gestorben von so'n scheiß Deku-Teil. Aber ich hab' meinen Controller wieder, von daher sollte das jetzt alles viel schneller gehen. Wo muss ich nochmal hin? Meine Katze im Hintergrund, ich hoffe, das hört man nicht. Oh, Ficken, Mann. Ich bin jetzt schon wieder immer überlegen, ob ich das rausschneiden lasse. Nein, mach' ich natürlich nicht. Ich find' mein Controller geht irgendwie anders. Ist der kaputt? Ne. Irgendwie ist der so leicht zu bewegen. Hallo. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier rein muss. Ja, mach' die Tür auf, Link. Ne, das war falsch. Andere Seite. Oh, ich verschwende von wieder so viel Zeit, Mann. So, und da sind wir schon bei Part 99 und ich bin immer noch in Dodongos Höhle. Ganz genau. Ich hoffe, ich komm' in den Part hier raus. Also, so viel ist das, glaub' ich, ja nicht mehr. Ich sollte ja irgendwann jetzt die Bomben bekommen und sobald ich die Bomben habe, ja, dann bin ich da in dem, boah, mein Controller ist echt komisch. Aber egal, er funktioniert. Von daher ist ja alles in Ordnung. Bis jetzt. Ja, hier war ich. Also, der C-Knopf-Dinger, der ist anders. Der ist nicht ganz so leicht zu betätigen. Aber egal. Besser als Tastatur ist es auf jeden Fall. Oh, wie gemein. Ne. Oh, mein Schild! Fickt euch doch in den Arsch, ey. Nein, solltet ihr nicht, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, geht weg, Mann. Toll. Jetzt hab' ich kein Schild mehr. Ah. Ich bin am überlegen, ob ich noch ein Let's Play mache. Aber ich glaub', das wär' dann etwas viel. Und der lass' ich's... Hä, wie mach' ich das denn jetzt ohne Schild? Gut, ich lass' die Dinge einfach weg. Ähm... Die braucht man ja eh nicht. Ich mach' das jetzt hier nochmal mit der Bombe. So. Ja, hatte ich schon gemacht, okay. Hä, was ist das denn? Oh, sexy! Geil, geil, geil! Komm schon her! Mann, du solltest das Ding machen, hier. Oh. Ja, klar, jetzt kommt... Oh. Nein, Mann, du stirbst, wenn du jetzt nicht langsam mal endlich mal was vernünftiges machst. Toll. Oh, da ist er. Da ist er auch! Nein, 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 nein. Fick dich, nein. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen Sex haben. Oh. Scheiße, Mann. Oh. Scheiße, Mann. Ich komm da raus man Meine Zehknöpfe man Das geht nicht Attacke Yes man Ja Ich habe ein Ehrlicht gefangen Ach das waren diese Dinger die immer so unterschiedlich funktionieren Ficken Steh ab Kabumm und die Tür geht auf Oder auch nichts Was macht das Ding denn da schon wieder Wo kommt das her Sechs Minuten schon wieder Nein Yeah man Na 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 Und die Tür sind immer noch nie auf Ist der denn was Kann ich dagegen schießen Was Kann ja gar nicht sein Dass hier schon wieder so ein Ding ist Ich mach einfach mal dagegen Ne Bombe So ich seh irgendwie so ein Schalter mäßig Was um die Ecke Na also Ich hab ja auch nur nicht wieder paar Minuten gebraucht um darauf zu kommen Einfach diese Bombe zu betätigen Die Bomben ja Boah jetzt bring ich das zur Seite Was ist es nur Boah wenn das jetzt der Kompass oder die Karte ist Dann fliebe ich auch Ja 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 Ich hab 20 Bomben Wie die alle reinpassen ist mir ein Rätsel Übermorgen gibt's den 3DS Ja 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 Ich freu mich schon den zu eigentlichen anzuhalten Mal schauen ob ich dann so ein kleines Letztest mach Ich kann auch nicht mehr reden Kann ja sein dass sich einige das ansehen wollen Die noch keinen eigenen haben So Aber erstmal dazu Nehm ich erstmal da Weg da Ja Ja So Und So Und hinunter Dum 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 Gut aber bis zum Endgegner schaffe ich es in dem Part noch Ich kann immer noch nicht über 15 Minuten hochladen Finde ich Eine Schweinerei Würde ich auch gerne gönnen Alles ist jetzt nur noch rumgelaufen hoffe ich Ich hoffe das hat den nicht zu sehr geändert Oh gemein Ahhhh So ähm Ich probiere jetzt einfach mal dieses Irrlicht und hoffe dass es mir nichts tut Boah wenn ich jetzt sterbe dann bist du dran Okay So ich habe ein Herz bekommen ist das nicht schön Na ist doch schön Ja Dachte ich mir So Diese Passagen erinnern mich mal an den Feuertempel Der sieht auch immer so aus zwischendurch Was macht das Ding hier Fick dich man Fick dich Zum Glück ich lebe Mann wie gemein war das denn War da noch einer hinter Ich kann jetzt schon nicht mehr Boah bestimmt ist da drunter eine Skulltola und ich laufe gleich mitten rein weil ich es nicht sehe Also wenn die von mir erwarten dass ich da rüberspringe dann können die jetzt mal so was von vergessen Achso bestimmt muss ich eine Bombe rüberwerfen Ja ich bin mal klug Das sieht nicht gut aus das sieht einfach überhaupt nicht gut aus was da steht Ich habe jetzt schon Angst Und diese Spinne nervt mich Wo ist die Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Ist da denn so viel wichtiges Muss ich das unbedingt haben Nö Ich laufe jetzt einfach da lang Nein Fick dich man Fick dich Toll Meine Katze miaut immer noch im Hintergrund ich hoffe das hört man nicht zu doll Yeah da drunter ist eine Kiste versteckt Wie die das wo gemacht haben Toll Ich sehe jetzt schon wieder der Raum war für nichts Bin ganz umsonst in den Raum reingegangen Aber egal ich habe eh nur noch drei Minuten zum aufnehmen Oh die Lampe ist noch gar nicht kaputt Jetzt Irrlicht Aufbewahren ja So ich habe ein Irrlicht gefangen Und ich weiß jetzt schon irgendwie dass es mir wehtun wird Weil das nie so oft ist dass es nacheinander gut ist Okay doch es ist gut Das ist doch schön Und jetzt muss ich leider doch da lang Ich habe Angst Das war ja so klar Das war ja so klar Das war ja so klar Ja ne bleibt da Damit die Bombe euch trifft man Das war ja so klar Einfach reinwerfen Haut ab man Na also Kabumm Ja So Und damit habe ich es geschafft Und ähm ja Ist hier auch eine Fehl drin Wie in ja Das ist ja mal gut So gegen die Dongo bin ich auf jeden Fall geschützt Das ist schon mal super Da 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 Link freut sich sogar richtig Hat man ihn gleich angesehen Nicht So die Fehl tue ich lieber weg Weil mit meinen C-Knöpfen Wird das eh nichts Seht ihr Ich wollte die Bomben nehmen Und hab die Dekonüsse genommen Und muss in einer Minute Schluss machen Ähm Ist schade Ist schade Ich weiß Ihr wolltet mehr sehen Ich wollte eigentlich den Part jetzt auch hier beenden Also halt Das Level hier beenden Was leider nicht mehr funktioniert hat Aber ja Das ist auch etwas blöd Genau Vor einem Bosskampf zu beenden Aber leider geht es nicht anders Und deshalb Ähm Nehme ich jetzt noch die Truhe mit Wo nochmal Bomben oder so drin sind Ja Die Bomben Und sage schon mal Tschüss Und bis zum nächsten Part Bye 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 bye